Hallihallo, hier ist ein neues Video von Maya 585. Ich habe wieder was zum Testen zugeschickt bekommen und zwar von Brand Your Love. Da war drin halt die Zeitschrift Freundin und dann die Karten. Da steht drauf, um unersetzbar zu sein, muss man immer anders sein. Da stehen halt diese Tipps zum Skin Manager drauf und dann war da eine Skin Manager Anti-Pollution Pflegecreme fürs Gesicht dabei. Die hat 50 Milliliter. Sieht halt aus wie eine ganz normale Tube. Da werde ich euch auf jeden Fall berichten, wie die ist, wenn ich sie ausprobiert habe. Es ist auch eine Packungsbeilage dabei. Und von der Verpackung her finde ich es schon ganz toll. Dann ist da noch bei ein Perfektionist. Powderflut für makellos mattierte Haut. Das ist alles von der Marke Alcina? Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Oh, der Skin Manager. Also das finde ich ja schon richtig edel. Das sieht richtig edel aus. Also ist das eine Plastikverpackung, glaube ich? Nein, das ist Glas. Das ist Glas. Und sieht richtig, richtig edel aus, finde ich. Also da freue ich mich echt, das auszuprobieren. Ich habe schon total vergessen, dass ich mich da für gemeldet hatte, dass ich das gern ausprobieren möchte. Und bin da echt froh drum, dass ich das heute mit der Post bekommen habe. Das waren dann auch von dem Skin Manager, also von dem Perfektionist Pröbchen dabei. Und unter anderem von dem Bodyguard Pröbchen dabei. Ja, und dann der Ablaufplan halt, wie das genau funktioniert, was ich machen soll. Wenn ich das erst mal ausprobiert habe, also beziehungsweise, sobald ich es ordentlich ausgetestet habe, werde ich euch berichten. Allerspätestens in meinem Aufgebraucht-Video. Und ich freue mich echt, das auszuprobieren. Weil diese Marke zum Beispiel kenne ich auch noch gar nicht. Und ja, ich werde euch definitiv berichten. Ich sage tschau, eure Maja 580.